Hm, ja, hm. Nun, Studiobodenreinigen macht 3000. Sprechen geht um einiges günstiger. Ich spreche auch alles gern. Jetzt habe ich ja doch schon ein paar Studiostündchen hinter mich gebracht. Angefangen bei ihren brandheißen Werbungen. Über ihre Image- und Kurzfilme. Über die dramatischsten Hörbücher. Bis hin zu den gewaltigsten Kinofilmen und Dokus. Hammer!